Heyho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Promote, dein Lieblings YouTuber. Und wir sind in der Folge 2 und nun promote ich der Awesome Awesome Dude. Das ist ein hauptsächlich Minecraft Let's Player mit 218 Videos und 122 Abonnenten, also das ist sehr sehr schade. Denn er hat einen tollen Kommentatorenstil und ist eigentlich recht lustig. Ihr wisst, ich bin nicht so der große Minecraft Gucker, dennoch habe ich mir alle Vorschläge von euch angeguckt und den finde ich eigentlich recht cool. Ich zeige euch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus einem Part von ihm. 1.000 Jahre älter schon wieder, boah alter ey, wenn ich hier mit dem Let's Player aufhöre, dann habe ich so einen Bart, unfassbar. Jo, dann habt ihr auch schon mal was von seiner ungefähren Kommentatorenstilrichtung gehört und außerdem auch noch was zu seiner Stimme. Also es ist auf jeden Fall eine erwachsenere Stimme, aber die gefallen mir sowieso viel mehr, das muss ich hier auch mal sagen. Und als typische Tradition schreiben wir ihm gleich erstmal eine Nachricht, dass wir ihn promotet haben. Er hat ja auch noch, wie ihr seht, Minecraft Tips und Battlefield, aber hauptsächlich geht es um sein Minecraft LP, weil es ja eigentlich auch relativ professionell spielt. Mit einem Texture Pack, mit Hintergrundmusik und einem, ja, relativ guter Qualität. Mal gucken, sogar 1080 HD, also das ist doch mal richtig gut. Also auf jeden Fall ergibt sich Mühe für seine Let's Plays und das will ich belohnen. Ich denke mal, er kennt mich nicht, deswegen schreiben wir mal eine Nachricht. Der Awesome Dude, Nachricht senden. Betreff. Selber Betreff wie bei Mr. Crazy Johnny, du hast tolle Abonnenten. Nachricht. Heyo, der Awesome Dude. Ich habe zur Zeit ein Projekt, Projekt, in dem ich, wer schreiben wir denn da, in dem ich Leute vorstelle, die von meinen Abonnenten vorgeschlagen vorgeschlagen worden sind. Aus allen Vorschlägen bist du her vorgestochen, Komma, und da du einen witzigen und lockeren Kommentar Stil besitzt und deine Videos mit Profession, Profession Personalität Verwalt, was habe ich denn da, Pognomen, Attribute, Attribute, was ist los? Das Profession Ich bin zwar nicht der große MC-Schauer, dennoch bin ich fair und biete auch dir die Chance, in den Genuss zu kommen. Was schreiben wir denn da noch so? Ich finde es schade, dass du trotz deines großen Aufwandes so wenig Abonnenten besitzt. Daher auch ein weiterer Grund, dich zu promoten. So, ich wünsche dir viel Spaß mit den kommenden Abonnenten und weiteren Erfolg auf YouTube YouTube MFG Darius aka Magic Doom Video kann ich jetzt nicht anhängen oder hängen wir einfach mal mein Let's Promote an Let's Promote, Zack So, dann senden wir ihm mal die Nachricht und dann nochmal gesendet und dann nochmal auf seinen Kanal Wie gesagt, abonniert der Awesome Dude Er macht die tolle Minecraft Let's Plays Ich habe mir auch schon ein paar angeguckt Ich denke, ich werde ihn jetzt auch mal abonnieren Auch wenn ich Minecraft nicht so gucke Aber vielleicht Ich muss sagen, ich finde seinen Kommentatorenstil schon besser als der von Gronkh Und das soll schon was heißen Jetzt kommen die ganzen Hater Naja, egal Jetzt seid ihr wieder gefragt Sagt mir die Leute, die ich mir angucken soll Und promoten soll Ihr seht, ich bin ein fairer Mensch Ich gucke sogar mir Leute an Dessen Stil ich nicht so gern gucke Also Minecraft Deswegen Ich bin ein ganz fairer Mensch Deswegen Ja, ich sage so oft deswegen Deswegen Schreibt einfach in die Kommentare Promotet nicht euch selber Denn dann kommt ihr erst gar nicht dran Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Promote Mit mir, dem Magic Doom Ciao Ciao